Du bist dran! Igitt, grünzeug. Freunde, schnell! Spiky steckt in Schwierigkeiten. Was hat er diesmal angestellt? Spiky in Loch gefällt. Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus. Gute Güte. Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein. Kann er sich denn nicht rausgraben? Ja, um sich rauszugraben, braucht er einen größeren Kopf. Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf. Ja, aber wenn dein Kopf auf Spiky wäre, dann wäre er nicht Spiky. Und du wärst nicht du. Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall recht geben. Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn. Er hat auch nicht so einen langen Hals wie, naja, wie ein Langhals. Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spiky zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder. Komm, zeigt mir den Weg. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da fällt mir was ein. Du bist dran. Wer ist das? Was macht er hier? Und warum ist er mein Bett? Warum fragst du ihn nicht? Dann wissen wir es. Ich frage ihn nicht. Du fragst ihn. Niemals. Du fragst ihn. Ich frage ihn. Grüß dich. Ich bin Melo und das sind meine Freunde Lydia und Plauer. Hallo. Hallo. Ähm, ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Äh. Äh. Ich hab ihn nicht verstanden. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Hä? Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem Geheimnisvollen oben zu uns runtergefallen ist, der Große Weiße. Was? Der Große Weiße? Das könnt ihr voll vergessen. Wo wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spikey aus Großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Ich zeig dir mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, großer Weiser. Oh, großer Weiser, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Aber natürlich, du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, großer Weiser. Oh, entschuldige, großer Weiser. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Ich verstehe. Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich so weit sein. Danke, großer Weiser. Ha, 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 endlich ist der große Weiser bei uns angekommen. Hm, ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn Sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben könnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, oder nicht? Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals, ja. Also, wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Oh, aber wir haben keine Wahl. Hallöchen, großer Beißer. Wuhu, großer Beißer. Hey, großer Beißer! Vielleicht tankt er gerade seine Kräfte auf. Kann sein. Aber jetzt wird es Zeit, dass er seine Kräfte einsetzt. Hey, großer Beißer! Oh, ähm, großer Beißer. Entschuldige, dass wir dich aufgeweckt haben, aber die Zeit ist gekommen. Du musst gegen die große, scheußliche Bestie antreten. Die große, scheußliche Bestie läuft auf zwei Beinen wie ein Schnellschnapper. Sie hat einen Kopf wie ein Dreihorn. Und die furchteinflößenden Augen eines Nachtwandlers. Die große, scheußliche Bestie! Danke, dass du aus dem Geheimnisvollen oben zu uns runtergekommen bist, um uns zu retten, großer Beißer. Jetzt liegt es an dir. Bis dann! Geheimnisvollen 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 Du hast es geschafft! Du hast die große scheußliche Bestie gefunden! Der große Weißer hat uns gerettet! Der große Weißer hat uns gerettet! Du bist tatsächlich der große Weiße aus der Legende! Oh ja! Wenn der Boden so weich war, dass Spike dort runtergefallen ist, brauchen wir Steine, um ihn zu stabilisieren! Dafür haben wir keine Zeit! Wir müssen graben! So einfach ist die Sache nicht! Du weißt ja gar nicht, wovon du redest! Und du bist dickköpfig! Gar nicht! Ich will es nur auf meine Weise tun! Haben Sie sich denn nun endlich geeinigt? Mir nicht wissen! Mir ganz schwindelig! Tja, dann müssen wir eben selbst eine Idee haben, wie wir Spike retten können! Genau! Was ist mit diesen langen Ranken? Die sind ganz schön lang! Jopp, jopp, jopp! Aber trotzdem nicht lang genug, um ihn aus dem Loch zu holen! Aber sie werden länger, wenn wir eine Ranke mit der anderen zusammenknüpfen! Lang genug, um an Spike anzukommen? Spike kann die Ranke um seinen Bauch schlingen! Dann ziehen wir die Ranke hoch und die Ranke zieht Spike hoch! Also das ist die beste Idee des Tages! Ihr große Weise zu sein, musst dich ganz schön hungrig machen! Wir haben dir das ganze Essen unserer Kolonie gebracht! Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, klar? Lass es dir schmecken! Hat er große Weise Sehnsucht und möchte wieder zurück ins geheimnisvolle Oben? Ob Spikey das wohl sieht? Was meint ihr? Sieht ganz so aus, Freunde! Schling die Ranken um deinen Bauch, Spikey! Zieh dran, wenn du so weit bist! Dann ziehen wir dich hoch, klar? Bereit? Und los! Auf Wiedersehen! Mach's gut, großer Weiser! Du hast uns vor der großen scheußlichen Bestie beschützt! Es ist gut, wenn du ins geheimnisvolle Oben zurückkehrst und andere beschützt! Hey, wo ist die große, scheußliche Bestie hin? Du bist nicht, Spikey! Oh nein, nein, nein! Spike wäre auch viel schwerer gewesen! Wenn Spike nicht hier ist, wo ist er dann? Oh, du musst dich entschuldigen, Spikey! Spikey! Spike! Ja! Spikey! Japp, japp, japp! Wer war denn das? Es ist egal, wer er war, weil er weg ist. Wichtig ist nur, dass Spike der ist, der jetzt hier ist. Und das macht mich froh. Ja, ganz, ganz doll froh. Wenn du mir doch nur zuhören würdest. Warum sollte ich? Mein Weg ist besser. Aber Meister Plattnase und Vater Dreihorn, wir haben Spikey schon gerettet. Tja, also, ähm, ähm, wie schön. Wir hätten ihn früher retten können, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest. Ja, nicht wahr? Du hast mich doch abgehalten. Hab ich nicht. Hast du doch. 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 Hast du doch. Hast du doch. Hast du doch. Untertitelung des ZDF, 2020